Hard to Resist Canon von Kenda Rhein. Es lesen Svante Wascher und Sebastian Seeler. Prolog Wenn ich auf die beiden vergangenen Monate zurückblicke, kann ich mich nur fragen, wie es dazu kommen konnte, dass ich mit einem Benzinkanister und einer Schachtel Streichhölzer über ihm stand. Das war nicht ich. Das war nicht der Weg, den mein Leben einschlagen sollte. Aber hier stand ich nun, mit einem Mann verstrickt, der nie der meine sein würde, und sah mich zweifelsohne mit einem waschechten Schwerverbrechen konfrontiert. Liebe lässt einen verrückte, irrationale Dinge tun. Und auch wenn ich wusste, wie das alles enden würde, bezweifle ich dennoch, dass ich die Stärke gehabt hätte, mich nicht in ihn zu verlieben. Er hatte einfach etwas an sich, was mich ansprach, etwas Unwiderstehliches, Urtümliches. Selbst als ich auf seine reglose Gestalt hinunterblickte, sehnte ich mich nach ihm. Zweifellos ein seltsamer Moment, um festzustellen, dass ich ihn liebte. Der scharfe Geruch des Benzins stach mir in die Nase und riss mich aus meinem Tagtraum. Es war Zeit zu handeln. Kapitel 1 Danke, dass Sie es so angenehm gemacht haben. Eigentlich sollte man ein Gesetz erlassen, dass alle Gynäkologen aussehen sollten wie Sie. Ich gluckste. Danke, aber ich bin kein Gynäkologe. Ich bin Medizinstudent und absolviere gerade mein Praktikum auf der Gynäkologie. Und das hat morgen Gott sei Dank ein Ende. Ich war in den letzten vier Wochen in mehr Vaginen gewesen, als in allen vier Jahren meines Studiums zusammengenommen. Und das will was heißen, glaubt mir. Aber nach diesem Praktikum würde ich eine ganze Zeit lang keiner Muschi mehr zu nahe kommen. Ich habe Ihnen vor drei Tagen, als meine neueste Bettgenossin ausgerastet ist, vorübergehend abgeschworen. Die wilde Art, die sie im Bett an den Tag legte, machte sie zwar zu einer hervorragenden Sexpartnerin, doch offenbar ging ihre Verrücktheit tiefer, als ich gedacht hatte. Sie war der Überzeugung, dass wir Seelenverwandte wären, aber ich wusste nicht einmal ihren Nachnamen oder für welche Mannschaft sie war. Ich erklärte ihr, dass wir in den letzten paar Wochen Spaß miteinander gehabt hätten, aber dass es nun vorbei wäre. Zwei Tage später hatte man bei mir eingebrochen und alles, was ich besaß, war zerstört. Über meiner Couch, meinem Bett und meinen Kleidern war Bleichmittel ausgeschüttet, Laptop und Fernseher waren zertrümmert worden. Derzeit war sie in Polizeigewahrsam. Ich übernachtete bei einem Freund auf dem Sofa und überlegte, wie es weitergehen sollte. Mein Vermieter war der Ansicht, dass ich zu viel Ärger machte und schickte mir die Kündigung. Wenn man zwölf Stundenschichten arbeitete, blieb einem nicht gerade viel Zeit, eine Wohnung zu suchen. Das beste Stück eines Mannes machte die Frauen verrückt. Es brachte sie um den Verstand und ließ sie ihre unsterbliche Liebe erklären und ewige Treue schwirren. Diese Art von Chaos durfte ich nicht weiterhin entfesseln. Ich musste mich ins Zeug legen und mich auf mein Studium und meine Zukunft konzentrieren. Ich musste mich spezialisieren und mich für nächstes Jahr um einen Platz als Assistenzarzt bewerben. Das war längst überfällig. Meine Mutter und meine ältere Schwester zählten auf mich. Und sie waren das Einzige, was wirklich von Bedeutung war. Nicht die Jagd auf irgendwelche Frauen. Das verstand sich von selbst. Meine Nächte in der zartesten Stelle einer Frau mit all ihrer seidig warmen Vollendung waren vorbei. Jedenfalls bis ich einen Abschluss und einen Job hatte. Mom und Ellie hatten schon zu viel geopfert. Ich hatte hart gearbeitet, Stipendien bekommen und gute Noten geschrieben. Das durfte ich jetzt nicht alles aufs Spiel setzen. Und doch hatte ich das ungute Gefühl, dass genau das passieren könnte. Ich hatte meine Nase viel zu lange in Muschis gesteckt anstatt in Bücher. Klar hatte es Spaß gemacht, meinem Schwanz das Denken zu überlassen, aber es lohnte sich nicht, deshalb alles zu verlieren. Jedenfalls musste ich mich reinknien, meine erstklassige Ausbildung zum Einsatz bringen und hoffen, dass es noch nicht zu spät war. Jawohl, der neue Canon Roth würde vernünftig sein, alles im Griff haben und vor allem würde er eins sein. Keusch. Ich musste es einfach dabei belassen, das Innenleben von 70-Jährigen wie Mrs. Thurston mit einem überdimensionalen Wattestäbchen auszutupfen. Nicht annähernd so befriedigend, doch so würde ab nun mein neues Leben aussehen. Ich setzte mich meiner Patientin gegenüber und tippte einige Anmerkungen in den Laptop. Wenn nur alle meine Patienten so locker wären wie Sie, Mrs. Thurston. Haben Sie mich gerade locker genannt? Sie zwinkerte mir zu. Immerhin habe ich meine Hand unter ihren Rock geschoben, kaum dass wir uns begrüßt hatten. Ich erwiderte ihr Grinsen. Der behandelnde Arzt riss die Augen auf, doch Mrs. Thurston lachte bloß, ein tiefes, keeliges Geräusch, das mich noch mehr zum Grinsen brachte. Vielen Dank! Sie reichte mir ihre faltige, von Alters Flecken bedeckte Hand und drückte die meine. Ich war schon lange bei keinem Arzt mehr, der sich die Zeit genommen hat, mich wie einen normalen Menschen zu behandeln. Sie werden einmal ein toller Arzt sein. Ich nahm ihr Kompliment mit einem Lächeln entgegen. Nicht zum ersten Mal sagte mir jemand, dass mein Umgang mit Patienten als angenehm empfunden wurde. Und wenn ich mit ihnen nicht mal einen Scherz machen konnte, würde ich die zwölf Stunden schichten und den Schlafmangel wohl kaum überleben, denn das war manchmal wirklich brutal. Als ich hinter Dr. Heslet auf den Flur hinaustrat, sagte er etwas von allgemeinen Gepflogenheiten für Vorsorgeuntersuchungen und ich nickte. Dann zwinkerte mir eine süße Krankenschwester zu. Ihr Blick glitt an meinem Arztkittel herunter und der Umriss meines Schwanzes ließ ihr bestimmt das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ich war kurz davor, sie zu einer schnellen Nummer in die Abstellkammer zu entführen, aber da kam mein Gehirn wieder in Gang. Verdammter Mist! Vor nur fünf Minuten hatte ich Keuschheit gelobt und schon war ich in Versuchung, meinen Eid zu brechen. Was hatte ich mir nur dabei gedacht? Diese Idee war eindeutig zum Scheitern verurteilt. Was bedeutete, dass ich einen Ersatz brauchte? Etwas, woran ich mich halten konnte? Ich lächelte und ging geradewegs an der Krankenschwester vorbei, während in meinen Gedanken ein neuer Plan Gestalt annahm. Es gab drei einfache Regeln, die ich befolgen musste, wenn ich es mal wieder nötig hatte. Es durfte nur für eine Nacht sein und weder Namen noch Telefonnummer durften ausgetauscht werden. Wenn ich diesen Regeln folgte, würde es eine einmalige Angelegenheit bleiben und die Frauen würden keine Gefahr laufen, sich anschließend in mich zu verlieben. Die hübschen Schwestern in dem Krankenhaus, in dem ich arbeitete, kamen somit schon mal nicht in Frage. Ich hatte das Gefühl, mich ein kleines bisschen mehr unter Kontrolle zu haben, strafte die Schultern und schaute auf die Uhr. Noch zwei Stunden bis zum Ende meiner Zwölfstundenschicht. Da vibrierte mein Handy. Ich griff in die Tasche und überflog das Display, während ich Dr. Haslett zu unserem nächsten Termin folgte. Es war eine Nachricht von Ellie, die einen Platz zum Wohnen für mich gefunden hatte. Vor Erleichterung lächelte ich. Zum Glück war wenigstens eines meiner Probleme gelöst. Dann las ich ihre Nachricht zu Ende. Mein Lächeln versiegte. Ellie wollte, dass ich mit Paige, ihrer ältesten und besten Freundin, die Wohnung teilte. Ihrer wahnsinnig heißen besten Freundin, die vollkommen tabu für mich war, auf die ich aber schon seit meinem Eintritt in die Pubertätscharf war. Die Götter hatten sich soeben über meinen Plan schiefgelacht und mir einen Ball zugeworfen, der völlig unhaltbar war. Irgendetwas sagte mir... ... ... ... ...